ja moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge gta 5 online zusammen mit dem dominik moin und mir dem steffen und es geht direkt los es geht direkt los ich sehe dominik auf gleichen punkt zu laufen wie mich na was tut ihr denn alle hätte jones wir wollen links reingefahren aber ich finde es gut ich also wir haben zwar eigene fahrzeuge an aber ich glaube es haben nicht so viele gerade eigene fahrzeuge nein und jetzt auch so engen raum das hat richtig gerumst an meinem controller ist ja bei mir auch ein bisschen verwirrt zeit wo geht es denn hier lag wie krass ist denn diese strecke was ist eigentlich wenn du falsch durch das ding da fliegt da wirst du nicht schneller wie wir schneller wenn du richtig da ja das ist ein gewusstes dachte das wäre ich ja 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 nein auch hier sofort da nein lass mich in ruhe fliege ich jetzt aus dem kopf ich habe total den überblick verloren ich bin erster gerade wort wie geht das denn hinter dir fliegen die letzten millionen und zweiter er ist doch gut für uns ich höre gleich schon ein von uns beiden schreien also man wird sogar richtig hart gebremst wenn man da falsch durch wie ist richtig wie rum ist denn richtig rum der boden ist unter uns ja ich habe es gerade erst wieder gesehen aber ich war gerade richtig verwirrt alter ist es ja übel dicht achtung über dir das liegt nicht hoch das wird jetzt richtigen eng passt da bei euch drei oder dominik was passiert das habe ich ja ich habe es gesehen aber das war auch richtig knapp alter wie wir noch zusammen sind auch wie schnell bin ich denn auch wer mir das bus kam ja es ist das bestehen ja kommen hier nicht aber auch nicht jetzt so hoch geflogen wieder hoch geflogen hinter dir jetzt sehen wir gleich als wären das hinter mir da ist aber einfach die flüge aktivieren oh nein oh nein diese jets oh gott oh gott diesmal war ich schon raus das wird zu groß aber wenn ich übernehmen das kannst du ja was kann ich mal habe ich sparen hallo ach der typ über mir war übelst angekratzt der hat schon gequallt aber wenn er vor einmal reingeflogen ist er explodiert aber ist er denn geblieben mensch die sind ja alle weg ich bin einfach direkt explodiert der typ über mir hat halt irgendwie eine brennende tragfläche die habe ich einmal so angetickt und dann war sie weg und dann konnte man schlecht wieder in der tragfläche ich glaube es gibt windschatten also mein controller vibriert richtig hart wenn ich direkt im windschatten von einem fliege das zwei runden oder nur eine ich glaube zwei runden aber wie man einfach wenn man so ein zwischenteil kommt von den bannen einfach direkt stehen bleibt toll bin ich achte ohne spaß hast du so schnell ja ihr seid halt alle direkt hinter mir vor mir ich sehe euch alle und dieser momo 112 youtube shoutouts an dich natürlich der eben gerade mit mir kollidiert aus weil ein dummer spacko ist der penner ist direkt vor mir ja ich hole einfach nicht auf bei den bei diesen moppels muss man hin absolut keine ahnung man muss den stürz zu machen da wusste ich nicht ich sehe es ach scheiße sind zwei runden sonst hätte ich gerade gewonnen alter warte ich habe in der letzten millisekunde habe ich dir noch überholt vor dem letzten kontrollpunkt aber es war nicht gut aber du siehst halt auch die zielfahre ne naja man ist ja raufgefallen deswegen hat man es nicht so wirklich gesehen dieser momo youtube das ist ein richtiger assi da gehe ich mit dir d'accord alter es sind einfach alle immer noch auf dem gleichen ich sehe dich da vorne wie ein irren rumfliegen und dass das war ein gutes manöver das hat mich gefühlt irgendwie schneller gemacht ich weiß zwar nicht warum also ich weiß schon warum aber so vom gefühl her oder der idiot ist einfach reingeflogen in die wand der ist aber gerade reingeflogen das war das ist so viel lache und kollidiert gleich selber so gut da geht es mal so fremd oder schlechten müssen ich sehe es ist da vorne fliegt durch den checkpoint vor allem er fliegt mir rein und er ist einfach dafür keinen schauen ja natürlich aber das gta was willst du erwarten ja chancengleichheit hier ja das ist gta was willst du denn erwarten und gar gerade auch mal diskriminierend und diskriminierung von roten flugzeug ist ein deutlich red red plane metters und da bist du oder du bist nicht sechster oder da bist du das da du hast immer noch die kreisende turbine ja 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 das bin ich mal wieder ein bisschen umweltfreundlich heute erst mal durch die graben fliegen dann fühlt man sich wie bei star wars doch erst mal abgehen abgehen auf geht's abgehen drei tage wach bei dir jetzt eigentlich immer noch irgendwas weiter liegt da irgendwie wird genommen ja ich war das und tschüss das war's für mich dann wie dumm war das ich bin da genau durch geflogen ja das ist natürlich ärgerlich ja als ich vorhin da raus geflogen bin bin ich glaube ich 30 meter rechts neben dem kontrollpunkt lang geflogen ich halt es doch trotzdem bezählt ey das ist so dumm dieses spiel zum teil das ist einfach richtig lächerlich ja gut das stimmt das soll sich einleitig funktionieren und nicht so wie soll ich das jetzt vielleicht warst du aber nicht nicht ganz genau dran wie gesagt gerade eben war ich überhaupt nicht war weil ich habe sogar habe ich den auf jeden fall noch gestrichen ja hier sind gerade auf jeden fall zwei abgestürzt also du hast noch chancen ja die spawnheit mit vollgas wieder na gut das stimmt da steht aber gleich noch eine ab die haben sich wieder behagt wenn die so weitermachen ich sehe alle drei vor dieser momo 112 weil auf jeden fall nicht verdienst zu gewinnen ja da ist er ich sehe ihn ich werde ich werde dich rächen und mich mich ja auch ein bisschen weil der hat mich ja auch rausgeballert flieg erster er sagt jetzt sind alle vier auf einem platz hier da war so auch noch einstuch von heute und das wäre nichts mehr verpasste kontroll und hat mir einfach gut dass wir eine zeit mega ärgerlich ich bin richtig weit und das war frank ich war doch nicht mega weit erster als das den kopf an kopf brennen hier leute ist ein ost und aus der runde davor ich bin grad beim sturzflug scheiße ich werde zweiter deshalb schick mal vorbei gefahren am ziel oder ich weiß nicht ob ich erst mal vielleicht doch geworden bin das sah ziemlich so aus dass er am ziel einfach vorbei gefahren ist ja ich bin sechster immerhin noch aber das war das war einfach nur witzlos jetzt mal schauen vielleicht bin ich erster geworden das wäre toll das wäre toll vielleicht vorbeigefahren ne ne du bist weiter warum wo sehe ich das die bestenliste steht unten wo steht das bei mir ist die bestenliste ist tap oh man ok vielen dank gleich alle träume wieder zerstört worden ja vielen dank vielen dank fürs zusehen wenn es euch gefallen hat gerne like da lassen abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten mal bis dahin tschüss die an Untertitelung des ZDF, 2020